Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von OurWatch. Ja, die gehen auch direkt weiter und sind Dora in Dorado angekommen. Wir hauen jetzt erstmal hier ein paar Dudes raus, würde ich sagen. Und dann bashen wir die alle mal weg. Hoppala. Boah geil, freut mich schon richtig. So, ich würde sagen, wir tauchen wir diesmal rein. Keine Tanks, wieder zweimal den, was soll das? Ja, ich weiß, wenn ich spiele. Bleibt mir ja keine andere Wahl, ich spiele keinen Tank. Könnte, äh, what the fuck? Ach, mir doch egal. Ey, die spielen dreimal den gleichen, warum? Widowmaker, so. Und jetzt findet uns noch ein Tank. Wir brauchen ein Tank. So, in Dorado sind wir jetzt. In Dorado. Wir brauchen einen Tank, wir brauchen einen Tank. Ja, das war's. Und die spielen wieder dumm da und spielen dreimal den gleichen. Ah doch, wir haben einen Tank, geil. Oh, geil, der ist auch fett. Ohne, ohne Dingens. Ohne, ohne, ohne. Oh, da ist einer. Da oben sind sie. Dä, 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 dä. Wow. Verzieh dich, Dude. Der muss sich verd... Was? Wo ist denn hier einer? So, Heilung, meine Dudes. Wo ist denn hier mal einer, ey? Boah. Alter Verwalter. Boah, krass. Boah, heftig. Ja, und schon mal wechseln auf die Heilung. So. Na, da oben ist wieder was. Boah, krass. Alter. Heilung, meine Dudes. Hier gibt's Heilung umsonst. So, hier gibt's nochmal hier Heilung, meine Dudes. Müssen wir die jetzt begleiten? Ja, ne? Dann los. Weg damit, weg damit. So, wenn ihr irgendwie Heilung braucht, hier ist Heilung. Boah, da kommt einer. Oh. Kacke. Und ich lauf voll in dat Geschütz rein. Da, mies. Ich hatte Ulti-Einsätze. Ich steh da voll gechillt. So, ja, ein bisschen. Ich komme. Ich hab auch Ulti. Mösch mal da ein bisschen mit der Ulti rein. So, einmal kurz heilen. Keine Sorge, Freunde. Ich. Wo ist denn da was? So, Checkpoint. So, hier, Heilung. Wieso helft mir denn hier niemand? So, weiter. Dann mach ich dat halt hier, wenn keiner kommt. Wenn keiner Bock hat. Na los. Was macht ihr denn hier? Ich versuch doch hier zu heilen ohne Ende. Zielvorschritt. Umkämpft. Ich helfe dir schon. Keine Sorge, Dude. Verzieh dich doch, Alter. Ich bin ja schon wieder tot. Boah. So, los, los, los. Bab, 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 bab. Ja, ich kann euch nicht alle heilen. So, na wohl. So, zum nächsten Checkpoint, Leute. Zum nächsten Checkpoint. Nochmal ne Heilung. So, tschüss. Bada, boom, bada, bang. Bada, ging, bang, bang. So, jetzt auf dahin. Los. Oh, oh. Dann geh ich halt hier hin. Wenn da keiner kommt, dann mach ich dat halt. Ah. Ah. Na. Schade. Egal, aber ich hab den Checkpoint. Nein, der Checkpoint, was? Oder doch, oder? Jetzt auch nicht, ja, die haben den Checkpoint nicht geholt, Alter. Wollte schon sagen. Herr, Mann. Herr, 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 Herr. Herr, 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 Herr. Ah, Heilung. Heilung, Dudes. Los geht's, Leute. Ab mit der Flache. Los geht's, los geht's, los geht's. Los, 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 los. Ja, hier gibt's was zu heilen, Dudes. So. Wo ist hier einer? Ja, hier gibt's Heilung, Dudes. So, weiter, weiter, weiter. Wo, aufpassen. Na, ich wieder. Boah, ich seh. Wenn du einmal gedingend wirst, dann wirst du wahr, dat, ey. Ehrlich. Boah, wir haben aber 6700 schon geheilt, ey. So. Los, 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 los. What the fuck? Ja, wir kommen doch. Schäme deine Fußpäse, ja. Ja. Oh, krass, wie viele. Was für voll übel. So. Oh, ich hab was erhalten. So einen Kack von dem Typen. Wow. Was war das denn? Ja, das war wohl gut, würde ich sagen, ne. Und das war gut, wir haben noch 2 Minuten, wir können da noch was reißen. Ja, auf jeden Fall geil, wenn wir mal gewinnen, wir sind kurz vorm Ziel. Was macht der denn da, der Typ? Und das war gut, wir haben noch mehr als das, kann ich nicht tun. Warum macht die denn da oben keiner kaputt? Oh, Heilung, Heilung, Heilung. Jetzt holt doch das. Mann, die sollen da scheiß Autoron nehmen, Alter. Wieso sind die denn so doof? Lauter, Lauter. Yeah. Die sind doch so doof, ne. Die sind so doof, die sind so doof, die sind so doof. Was willst du machen, ne? GG. Warum spielt der jetzt Heiler? Ist der doof? Oh mein Gott, ist der... Boah. Dumm. Oh, tschüss, verpiss dich, Mann. Pusch, der hat ist mir tot. Scheiße, ey. Boah, ey, wegen nur so Lappen, ne? Wegen nur so Lappens. Vor allem, ich komme auch nicht weg, da, ey. Und das war's, tschüss. Boah, die sind so doof, dummes Team gewesen, ne? Die sind so... Wir hätten das locker gewonnen, locker. Aber fuck off. Fuck off. Lopas, er sagt GG. Not. Er geht einfach in tausend Leute rein, als Heiler, der gar nix aushält. Wie gesagt, da geht dann fünf Leute rein, der ist der Beste. Naja. Egal. So, Level 9. Das heißt, wir kriegen eine Lootbox. Ja, können wir direkt mal gucken. Hm, Lootbox. Lootbox öffnen. Babam. Aber kein episches, schade. Oh, eine Siegespose für Reaper. Nehmen wir doch. Aber warte mal, wie kann man denn hier die Sprays einsetzen? I don't know. Ich bin am überlegen, soll ich noch eine Runde? Komm, eine Runde mache ich noch mit euch. Dann haben wir einen längeren Part. Einen längeren Super-Duper-Part. Warning, go on away. Wenn überhaupt noch was kommt jetzt hier. Sieben Sekunden. Jawohl, Spiele gefunden. Heute Match, bye. Tempel des Anubis. Da gehen wir doch gerne hin. Die können wir mal so eine Map machen. Berlin oder so. Ich spiele kein Ding ins Meer. Kein Eiler. Nein. Jawohl. Sauber. So, als bräuchte... Ja gut, die geht auch. Die geht auch, die Liebelein. So, was ist denn das für eine Runde? Achso, alles klar. Nur ein Checkpoint. Barriere. Aber wieso habe ich immer nur dieses Scheiß-Spray? Das ist voll scheiße. Das sieht kacke aus. Da, da, da. Busch. Busch. So. Busch. Der Kampf kann verlieren. Der nicht kämpft. Hat schon verloren. Boah, in 38 Sekunden geht das los. Tö, tö. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Emote. Bam. 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 So. Aufgeladen. Guck dir, sieh, an. Aber, sieh, Kerl, ey. Guck mal, ich kann den jetzt schon gut machen, dass er mich gut heilt. Und so. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ja, dann kommt doch mal hier. Wo seid ihr, hä? Oh. Ich brauche nie Heilung. Ich brauche nie Heilung. Ha, 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 Heilung. Und tschüss. Du bist so tot. Du warst tot. Ich muss nur mal gucken, wo lang ich gehe. Ah, höher kommen wir gar nicht. Der fette Roadhog. Haha, da dachtest du, ne? Weil es gut ist, wir können schön von fernab angreifen, eigentlich. Und der hat richtig viel HP, der Fettsack. 600. Tschüss, geh weg, du scheiß Geschütz. Auch kein Mensch hier, das Geschütz. Tschüss. Jetzt wird's massiv. Jetzt wird's massiv. Jetzt wird's abwärts. So. Okay. Das ist unser. So. Jetzt noch B. Da müssen wir aber mal durchrushen, würde ich sagen. So, tschüss, Geschütz. Tschüss, Geschütz. So, gucken wir mal, wo haben wir denn hier noch was Schönes. Oh, tschüss, weg damit. So, ich könnte mit Ulti gleich nochmal reinballern. So, ich muss meinen Treibstoff nur einmal aufladen. So, tschüss. So, den behalten wir jetzt mal hier, würde ich sagen. Das war doch eine nice Aktion. So, äh, wir haben mal kurz... Ja, scheiße. Egal, wir haben aber noch einen mitgekriegt. 8-1. Das ist doch supi. Aber das war jetzt gerade ein bisschen doof von mir. Ich hab das nicht genau gesehen. Aber wir haben noch sieben Minuten, um den Punkt einzunehmen. Also, shit happens. Shit happens. Das schaffen wir doch noch. So. Weg mit euch. Tschüss. Ah, komm, den haben wir doch fast. Ah, zack, weg damit. Alter, den hab ich gar nicht gesehen. Ah. Ey, kommt, Leute. Wir haben den doch fast. Ja, das war voll so dumm von mir, ey. Aber egal, wir haben Ulti. Wir haben Ulti. Wo ist denn hier unser Dingens hier? Der soll mal hier Speed geben, der Dude. Und so, mit Ulti-Regelicht hat jetzt nur ein Gewinnballerat. No problem. Da ist schon wieder ein scheiß Spaten. Wo ist denn hier einer, Mann? Wo ist denn hier noch einer? Ah. Diese fucking Ho, Mann. Jetzt, jetzt, jetzt ist das Team wieder so. Die sind wieder voll defensiv. Machen nix. Oh, jetzt wird meine KD wieder richtig kacke. Ich muss jetzt irgendwie was reinholen jetzt hier. Ach so, sieht so aus, als ob es jetzt geschafft wurde. Jawohl. Gewonnen. Sauber. Nice. So. GG. So, wer Spieler. Und wieder mit so einer Ulti wahrscheinlich, weil anders kann der nix. Locker easy. Loch nur mit Ulti. Wetten. Ich finde, das ist überhaupt gar kein Highlight so, wenn du mit einer... Ja, wenn du nur Ulti reinballerst, finde ich, das ist überhaupt gar kein... So was wert. Das ist gar nicht wert. Finde ich jetzt von meiner Meinung nach so, weißt du. Ja, der Heiler kriegt das. Der hat gut geheilt. Bitte, bitte. Einfache Sache. So. Dann würde ich sagen, meine Lieben, Freunde, war es das für diese Runde Overwatch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Tschüss. Tschüss.